Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Teamprojekt zusammen mit dem Gyni und mit dem Chris. Und die zwei dann da gerade huscheln und ja zwar drei Bahnen noch, die uns am abertigen gefixen. Was? Was stellt dann als nächstes an? Aber ich habe schon freiwillig. Hm, kann ich eigentlich nicht. Und ich darf dann mit dem Dings drüber fahren, mit dem komischen Bodendienstfräse oder wie das heißt. Mit dem Modus? Ja. Na, meine Tastatom mag nicht. Die zählt nicht mehr. Ja. Die A-Tastat kommt wahrscheinlich manchmal. Wenn ich drücke ein paar Mal A, dann passiert nichts. Dann war er wieder da. Ich glaube, du hast fest drauf geschlagen. Nö, ich weiß nicht. Hä? Warum sind sie dich eigentlich? Das hast du dich verschlafen. Ja. Ah ja, die Musik auf Vatnet, Tiddy. Ich war mal Vatnet, Tiddy. Nie wieder. Scheiße kann man sie nicht mehr geben. Wie ich das jetzt mitgekommen habe, dass die Hitze Towers wieder irgendwie ändern wollen, wieder wegbringen wollen. Keine Ahnung, Alter. Ja. Ja. Ich bin echt froh, dass man nur noch so verfläst, wenn ich die Hitze. Ich hab Abstraktion gemacht. Was? Ich hab mal nach einem Jahr wieder meine Arbeitsstiefel angezogen und bin mit die Hit rausgegangen. Weil ich ja beim Praktikum wieder hab. Alter, ich kam nach raus und meine Füße erst mal kurz vorhin explodieren, weil die so schwer waren. Ne? Nee? Ja. Guck weg. Was gled, oder was? Ja. 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 Du bist ja nicht eng. Geht denn schon wieder Kuschelnd. Hey, Gudi! Danke. Mut. Ich war's. Ich glaub nicht, dass wir das so sehen. Ich möchte echt in meinen letzten 4% kriegen. Hallo! Mann! Guck mal, das ist ein Fußball. So, jetzt können wir weiter machen, Chrissi. Lass dich schnell runter rein. 55. 40. 0. Jetzt kannst du ihn. Mann! Oh! Kannst du schon dann runter. Ich fang jetzt nicht an. Hehehe. Jetzt kann ich das so. Ich glaub, dann ist es rot. Was? Ich glaub, wenn er das hochliegt, ist es dann rot. Wer ist rot? Ich glaub, wer jetzt anfängt, mich zu beleidigen. Ich glaub, dann wär das Video ganz schnell rot. Ich kann's nicht mehr hochladen. Da ist das so. Der Krom. Und wir versuchen trotzdem an. Der Bundeswehr zu unterhalten. Und das ist der Krom. Ich weiß noch nicht. Der Krom. Ich habe Bock, die Bodenbearbeitung zu machen, also mit der Fräse, die Stunden. Ich bin bei 45. Ich bin gerade bei 45. Ich weiß nicht. Wir haben jetzt ungefähr diese halbe Bahn. Wir müssen noch diese dünne Bahn. Was heißt dünne? Eine halbe Schneidberglänge. Komm lieber. Ich bin bei 55. Komm. 50. Vielleicht nicht so schlau. Ich bin bei 50. Ich bin bei 85. 90. Dann mach du die letzte Bahn. Komm, jetzt geht es überall hin. Da, wenn ich unten bin, bleibe ich einfach so stehen. Ich muss kurz ein Foto machen. Da habe ich gesagt, ein Thumbbell. Dann haben die Bürger jetzt auch Waffen bekommen. Kamu. Das war's. Ach so, Krössi muss der jetzt fahren und die Stoppen wegmachen, oder? Ja, so gehe ich mit der Friese. Mit dem Möf Möf. Möf Möf. Möf Möf. Möf Möf. 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 Das wird schwer aufzunehmen. Danke, hätte es helfen. Ich glaube, du bleibst so wach, Chris. Ja, Chris. Ach so, dann. Ich glaube, ich werde wieder zwei Uhr. Das Ding ist, ich komme im Tor, ich werde aufstehen, die über Ausatmen bringen, am Schloss zu fahren. So, Entschuldigung. Voll geil. So, jetzt haben wir die Maisernte wieder aufgeflossen. Danke dafür Verkehr, fahrt mal hinten eine. Hey, hallo, hallo, elbe, ebte, die ebte, was soll ich denn sauber machen, da geht's, sieht man nicht, was soll ich eigentlich machen. Ich mach jetzt mal meinen. Hi. Einmal sauber machen, bitte. Können wir mal am Arsch decken? Ja, ich mach's nicht selber. Ne, können wir mal am Arsch decken, weil ich bin selber. Arschgeil, geil. Ja, chill du, fünf Minuten. Wenn ich sauber machen, bin da auch fünf andere Leute stehen, oder? Ja. Wenn du einen Anschluss beim Hochdruck reinigst, ich glaub' er. Wieder in die Halle rein, ne? Ne, aufs Dach drauf. Ja, okay. Ey, ich lasse das zu tun. Das ist da drunter. Ei, 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 ei. Ey, warte, vor mir auch sehr kaputt. Ein Problem? Ja. Leise, wenig Platz. So, ich muss kurz einmal da den Kartan erwaschen gehen, ne? Jetzt gibt's wieder Ärger. Oder in Tallinn einstellen, diese große. Ich weiß wohl, da wo du gerade reingefahren bist. Die große. Ja, da unten, da wo mein Möf Möf steht. Okay. Da sind die große Grüne halt. Also da eine, oder? Gut. Du glaubst ihn. Ja, warte, ey. Jetzt kommt jetzt gerade die Wand. Ja, ja. Das Beste mit. Dann neben den Grimmel. Ja. Danke für die Schaffte, Kost. Entschuldigung. Da unten, da unten eine Peste hat. Das Beste. Das Beste. Scheiße. Den genommen. Fuck. Äh, äh, Hilfe. Gerade. Okay. Geht schon. Hab's. Ich wollte das Kost. Ja. Wie geht's. Wie geht's. Wie geht's. Ihr könntos die Ladestine los. Ich hoffe, dass es bei mir dann nicht leicht ist, beim neuen Projekt. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Beratung durch. Ich lasse bei meinen Kollegen vorbei, bis dein Mostgut. Ciao, ciao.